Öl und Fett für die kalte Küche Für die kalte Küche eignen sich am besten die sogenannten nativen Öle. Sie werden durch Pressung und ohne die Zufuhr von Wärme hergestellt und behalten so den charakteristischen Geschmack der Frucht oder Saat, aus der sie gepresst wurden. So verfeinern Sie zum Beispiel Salate durch Ihren ganz eigenen Geschmack. Ein typisch natives Öl ist das Olivenöl. Sein Rauchpunkt liegt bei 130 Grad und ist daher zum Braten schlecht geeignet. Doch verfeinern Sie einmal Ihr fertig gebratenes Thunfischsteak mit einem Schuss kaltem Olivenöl. Schmeckt einfach hervorragend!